Okay, dann probieren wir's nochmal. So, lass mich probieren. Ich mach mein Bombskirchen wieder. Achso, ich hab's schon gedrückt. Ja, sicher. Okay, ähm, Moment, ich hab noch kein Nichts. So, oje. Ich hab ein anderes Kabelmodul. Ich hab ein normales Kabelmodul, ich hab Memory. Normalkabel, oder? Ja. Sechs Kabel. Weiß, schwarz, weiß, rot, gelb, weiß. Also es ist gelb, ja. Ja. Mehr als ein gelbes. Nein. Äh, rote Kabel? Ja, eins. Das vierte durchschneiden, bitte. Das rote Kabel, okay. Memory? Scheiße, ich hab noch ein Loppetting hier. Okay, äh, es zeigt vier an. Warte, ich suche gerade noch Memory. Ja, es zeigt vier an. Äh, vierte Position. Vierte Position, also Nummer... Vierte Position Nummer drei. Das Licht geht aus, scheiße. Ähm, es zeigt mir Nummer drei an. Der Knopf in der ersten Position. Also erste Position, das ist die Nummer vier. Okay. Zeig mir an, vier. Den Button mit der Nummer vier drücken. Den Button mit der Nummer vier drücken. Das ist die zweite Position Nummer vier. Er zeigt mir an, vier. Der Button in der selben Position wie in Stage zwei. Also der erste Button Nummer zwei. Nummer drei zeigt mir an. Selbe Ziffer wie in Stage vier. Selbe Ziffer wie in Stage vier. Okay, entschärft. So, jetzt hab ich ein neues Kabelmodul. Oh, das ist ein kackere Arme. Das, was wir eben gerade durchgesprochen haben. Nein, 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 ein anderes. Auch ein anderes. Ein anderes, okay. Ich erklär's dir. Das ist ein... Squire Sequence. Das ist ein oben ein großer Hochbutton und unten ein großer Runterbutton. Ja, ich hab das vor mir, passt. Okay. Also links hab ich eins, zwei, drei und rechts hab ich A, B, C. Genau. Von A, von eins geht ein rotes Kabel nach A. Von zwei geht ein... Also alle Kabel gehen nach A. Erstmal alle Kabel, die gehen nach A. Und es ist von eins rot zu A, von zwei schwarz zu A und von drei rot zu A. Die gehen also alle zu A. Ja. Und ich kann entweder hoch oder runter oder schneiden. Ganz kurz, ganz kurz leise. Ich muss lesen. Warte mal, die sind alle rot, richtig? Rot, schwarz, roh. Red wire occurrence, blue wire occurrence, black wire. Also das erste Kabel hat welche Kabel? Rot. Gut. Von eins zu A. Gut. Gut. Das erste Kabel geht so. Ah. Gut. 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 Ähm, und das Zweite? Geht zu A, ist schwarz. Eine Minute. Das schneidest du durch. Das Schwarze? Ja, das Zweite. Okay, ich hab's durchgeschnitten. Jetzt. Und das Dritte, wie sieht das aus? Rot. Geht zu A. Schneid durch. Rot. Strike. Äh, Strike. Was? Strike? Strike. Hä? Noch 10 Sekunden. Ähm, warte mal, du hast drei Kabel, richtig? Sie gehen alle zu A. Ja. Ja. Also ich hatte drei Kabel, von oben nach unten, rot, schwarz, rot, und die sind alle zu A. Also 1 zu A, 2 zu A, 3 zu A. Optionen, die ich zu drücken habe, sind, ich kann entweder Kabel durchschneiden, oder ich kann oben einen großen hoch- oder unten einen großen runter-Button drücken. Mist, ey, ich hab gar nicht gedacht, dass du irgendeinen Button drücken kannst. Also. Ah, okay, also hätte ich nicht einfach sagen sollen, du drückst, du schneidest beide durch. Ah, jetzt verstehe ich, sondern du hättest dann weiter drücken müssen, dann hätte ich mir wieder das angucken müssen, und dann hätte ich gucken müssen, welches Kabel du da durchschneiden musst. Ah, okay. Hm, okay. Okay, dann drücke ich jetzt Retry. Dann drücke ich jetzt Retry. Ja. Okay, ich hab die neue Bombe schon vor mir, ist auf jeden Fall ein Easy-Kabel-Modul, ein Memory, und einmal das, was wir gerade eben hatten. Gut, dann erstmal das Easy-Kabel, und dann 3. Okay, 6 Kabel, blau, schwarz, gelb, blau, gelb, weiß. Ähm, also es gibt gelbe Kabel, richtig? Ja, 2. Ähm, es gibt mehr als ein gelbes, richtig? Ja. Ähm, es gibt keine roten Kabel? Nein, gibt's keine. Dann das letzte durchschneiden. Okay. Memory. Es zeigt mir 2 an. Zweite Position. Zweite Position. Also Nummer 2, okay, Nummer 3. Ja, es zeigt mir 2 an. Das ist dieselbe Position wie in Stage 1. Okay, es zeigt mir jetzt 3 an, aber es ist lichtisch raus. Der Button auf der dritten Position. Auf der dritten Position, das ist die Nummer 1, okay. Er zeigt mir an 1. Ähm, selbe Position wie in Stage 1. Wie in Stage 1. Mein scheiß Alarm klingelt hier, das kommt mir vor allem. Er zeigt mir 4 an. Ähm, selbe Ziffer wie in Stage 3. Ziffer wie in Stage 3. Okay, entschärft. So, das ist genau das selbe Modul wie gerade eben, aber es sieht anders aus. Und zwar, ähm, das erste Kabel geht zu C, das zweite zu B und... Stopp, du musst mir erst die Farbe sagen. Okay. Äh, von oben nach unten, nach den Zeilen, rot... Nein, 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 sag mir die Farbe von dem ersten Kabel. Okay, äh, das erste ist rot und geht zu 10. Ähm, das schneidest du durch. Ja, okay, hab ich geschnitten. Und das zweite Kabel hat welche Farbe? Zwei ist rot und geht zu B. Zwei ist rot und geht zu B, das schneidest du auch durch. Okay, hab ich geschnitten, ja. Und das dritte ist blau und geht zu B. Blau. Das schneidest du auch durch. Okay. Und jetzt drück ich mal runter. Ah, okay, jetzt wird das Grün angezeigt. Okay. Äh, vier, also das ist jetzt das erste oder keine Ahnung, aber Nummer vier... Welche Farbe? Okay, also sich interessiert das erstes. Okay. Erstes Kabel geht zu B, ist rot. Rot? Zu B. Nein, das lässt du in Ruhe. Oder zweites Kabel hat welche Farbe? Äh, blau zu C. Das schneidest du durch. Okay. Ähm, drittes geht von rot, äh, geht nach A und ist rot. Also, rot und es geht, ist das dritte Kabel und es geht zu. A. Das schneidest du auch durch. Okay, nächstes Ding? Ja. Okay. Ähm, erstes Kabel ist blau und geht zu B. Blau, B schneidest du durch. Okay. Zweites Kabel ist blau und geht zu C. Blau, geht zu C, schneidest du auch durch. Okay. No, das war ein Strike. Aber es gibt kein weiteres Kabel. Ja, und zu B. Oder zu C. Ja, das geht zu C. Zweites Kabel, C, blau. Also, egal. Ähm, ich habe jetzt nämlich nichts mehr zum Durchschneiden. Also, äh, gehe ich jetzt einfach weiter. So. Äh, erstes Kabel ist nichts. Zweites Kabel ist schwarz und geht zu C. Schwarz zu C. Ja, schneidest du durch. Okay. Drittes Kabel, blau zu C. Ähm, drittes Kabel, blau zu C. Das lässt du in Ruhe. Und dann gehe ich weiter. Und wir haben den Chef. Okay. Eine verstehe ich nicht, aber wie kann ich das? Okay, lass mir mal ganz was sagen. Wenn ich in das nächste Feld gehe und du sagst, erst, du willst, dann ist die Frage, willst du wissen, erstes, zweites oder drittes Kabel? Weil links stehen nämlich die Nummern weiter. Erstes Mal, das erste Mal ist es 1, 2, 3, A, B, C. Das zweite Mal ist es 4, 5, 6, A, B, C und so weiter. Ah, siehst du, das weiß ich ja nicht. Ja, das wollte ich dir sagen, aber du hast gesagt, nein, ich will ein erstes Kabel. Das hast du gesagt, als ich es versucht habe. Ja, weil ich habe gedacht, dass, äh, ja. Also geht es weiter und wir haben seit drei Jahren. Ich muss mir dann immer sagen, welche Nummer das Kabel hat, aber zu eher, warte. Nee, du sagst immer erst die Farbe, dann die Nummer. Okay. Und dann, wohin es dich verbindet. Okay. Also geht es mit One Giant Leap. 60% of the time, this bomb explodes every time. Fünf Minuten, vier Module, drei Strikes. Hau rein. Leid grad? Okay, ich habe auf jeden Fall wieder so ein Passwortmodul, glaube ich. Ja, ich habe ein Passwortmodul, noch ein Passwortmodul, ein Symbolmodul und ein Memorymodul. Gut, dann, äh, Symbole. Okay. Komische 6. Ja. Ein Kronleuchter. Äh, nicht ein Kronleuchter, diesen Kerzenschänder. Ja. Dann, äh, ein umgedrehtes, geschwungenes E mit zwei Pünktchen oben drüber. Ja. Und dann so ein Hashtag, aber nur ein Runtersprich. Ja, okay. Erst ist die komische 6, dann das E. Dann das E. Ja, dann das komische Hashtag-Ding. Und dann der Passwort. Okay. Memory oder Passwort? Ähm. Memory. Memory 1. Zweite Position. Zweite Position. Es zeigt mir an, 4. Selbe Position wie in Stage 1. Okay. Jetzt licht das aus, 3. Dritte Position. Dritte Position. Es zeigt mir an, 4. Selbe Position wie in Stage 2. Also, nimm 2, 2, okay. Ähm, 1. Selbe Ziffer wie in Stage 1. Entschärft. Passwort. Soll ich anfangen mit dem... Achso, ich warte. Ähm, ich hab es gleich vor... Ja, ich hab's vor mir. Erst der Buchstabe, oder? Ja. Welche hast du zur Verfügung? D. P. T. K. Z. Stopp, 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 stopp. Noch mal zu vorne. D. P. T. Langsam. Ich muss... Also, du hast B. Was noch? D. Dora. Hab ich nicht, gut. Patrick. Langsam. Ja. Titten. Karl. Und Zorro. Und Zeit gibt's nicht. Gut. Also, B, P und T. D wie Dora. D. Du hast B auch gesagt. Okay, also B... Warte mal, warte mal, der Alarm geht los. Warte mal, okay jetzt. Ähm... Hey, P und T sind also zur Auswahl. P und T, ja, sind beide da. Gut. Nächster Buchstabe. Das wird scheiße. J. Q. F. U. Du bist zu schnell. Okay. Ich muss jedes einzelne Wort durchschauen, Tati. Okay, tschuldigung, ich seh's nicht. J. Äh, das gibt es nicht. Q. Gibt es auch nicht. F. Nope. U. Nope. D. Nope. H. Ja, davon gibt's ja viele. Und das war's. Gut, nächster Buchstabe. Also, H muss es auf jeden Fall sein, gut. Ja, Q. Dann. X. Nein. J. Nein. F. Nein. H. A. Nein. S. Nein. E. Eins, zwei, drei hätten wir zur Auswahl. Ja, weiter. E, und das war's schon, okay. Gut. Also, weiter geht's mit M. Äh, nein. I. Ja. N. Nein. O. Nein. Z. Nein. A. Nein. Okay, das war's. Also muss es I sein. There. Äh, was haben wir jetzt? P, T, äh, warte, warte, warte. T. Nein, das erste Buchstabe. There. Musst du einleben, bitte. Was? Gib mir, gib there ein. T, H, E, I, R. There. Okay. H. Ja. Nächstes Passwortmodul. Wir haben auch eine Minute. B. Ja. U. Nein. F. Nein. Ah, doch. Doch, F, ja. Okay, S. F und S, ja, gibt's auch. D. Nein. 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 Okay. Also B. B, F, S, D, F. B, S, F. Ich hab nur noch 24 Sekunden. Quatsch. Nächster Buchstabe. Q, H. Nein. Y. Gib mir einfach irgendein Wort mit B. Gib mir mal irgendein Wort mit B. Below. Below. Das kann's nicht sein. Nein, weiter. Ich hab mit B nicht mehr. Was? B gibt es nicht mehr. F. Found. Found. Das war viel zu viel, Schatzi. Das war viel zu viel. Schatz, das machen wir doch mal. Das war also, nee, das machen wir nochmal genauso. Wenn wir wissen, es gibt Wörter mit B, dann sagst du mir die Wörter und ich guck gleich, ob der zweite Buchstabe passt, ob der dritte Buchstabe passt. Weil wenn's da nicht passt, dann kann man's gleich rausschreiten. Ähm. Weil ich kann ja einfach schnell durchsuchen. Ich hab ja nicht, ich hab ja nicht ein Wort mit, also ich hatte jetzt im Zufall nur ein Wort mit B. Ja, 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 ja. Hör mir mal zu, hör mir mal zu. Hör mir mal zu, ich kann ja nämlich gleich hingehen, wenn du mir sagst, okay, B, okay, ich hab drei Wörter, dann geh ich das erste Wort durch, weißt? Und dann kann ich gleich wissen, ob's das überhaupt ist. Und wenn's nachher kein einziges von diesen B-Wörtern ist, dann können wir alle B-Wörter rausstreichen, weißt du? Das ist okay. Am Anfang sind es aber echt viele, ne? Ja, klar. Ich kutz auf den Klo, gell. Okay. Okay. So. Willst du es dir weit? Ja. Ja? Gut. Ich starte. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Button, ein Morse-Modul, ein kompliziertes Kabel und ein Keypad mit Wörtern. Gut. Also Button haben wir? Ja. Gut, den ergänzt. Rot und Press. Okay. Hast du mehr als zwei Batterien an der Bombe? Ja. Lit Indicator with Label FRK. Hast du das? Nein, hab ich nicht. Welche Farbe der Knopf nochmal? Rot. Und was steht drauf? Äh, was? Nochmal? Was steht da drauf? Press. Okay, ähm, du musst wieder draufdrücken und mir die Farbe sagen. Blau? Vier, bei vier. Bei vier. Okay. Ähm, Morse, kompliziert Kabel oder Keypad? Keypad. Keypad, okay, warte kurz. Ich muss ja gerade meinen Namen wieder ausschalten, schnitt den Anfang. UR. Was? UR. Keypad. Ja, was bitte ist... Achso, Keypad ist nicht das, was du... Keypad mit Wörtern. Ähm, ja, du meinst das Wörterding. Keypad heißt ein anderes Ding, aber das ist egal. Ähm, UR. Ja, dann sag mir mal, was ganz oben links steht. UR. UR. Also, dein UR. Y-O-U-R. Y-O-U-R. Ja, UR. Hast du... Ö-O? Äh, U-H-U-H? Nee. U-A? U-A? Nee. Äh, warte. Es sei dieses... Nee, das ist U-R. Ich hab U-R. Oder? Das ist... Das ist... Ich glaube, es ist U-A. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hab gesagt... Es... Es sieht aus wie U-R. Keine Ahnung. Kann ich überhaupt U-R haben? Was? U-R? Ja, du fragst mich, ob ich einen Button hab, der heißt U-A. Nein. Ich hab hier... U-A. Noch was? U-A. Ach, U-A. Nein, hab ich nicht. U-H. U-H hab ich nicht. H-H. H-H hab ich nicht, nein. U-R. U-R hab ich. Das ist ja unbedingt. Gut. Drück drauf. Hab ich gedrückt. Okay, war richtig. Neues Display ist blank. Was steht... Das zweite Ding in der Mitte? Rechte Seite bitte, meinst du? Ja. Nothing. Hast du einen Button, der... Nein, nein, hab ich nicht. Right? Wait, hab ich. Nein, right. Also weiß. Rechts. Ach, right, nein, hab ich nicht. Okay. Hast du einen Button, der okay heißt? Nee, hab ich nicht. Oh, sorry. Bitte. Nochmal? Middle. Ja, hab ich. Drücken. Drück. Okay, korrekt. Weiter geht's mit Lead. L-E-E-D. Ja, was steht links ganz unten? Mit drei H. Gut, okay. Hast du Ready? Nein. Nothing? Ja. Drück. Okay. Komplizierte Kabel oder Morse? Tja, dann sag ich mal Morse. Okay, Morse. Oh Gott. Morse. Okay, soll ich dir das Signal sagen, dass es mir oben blinkt? Interpret the signal from the flashing light using the Mother-Code-Chart to spell one of the words in the table. Okay, warte. Ähm, wann fängt das an? Okay, warte, mach mal. Lang, 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 ey, oh, äh? Wann fängt das an? Warte, 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 wann fängt das an und wann hört's auf? Wo stehst du denn? Warte, 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 warte. Es wird irgendwann eine sehr lange Lücke. Es ist bis jetzt alles nur lang gewesen. Es gibt auch ein Ding, das hat nur lange. Nee, man kommt auch mal kurz. Ist das falsch, diese Lücke, diese Lücken sind... Das ist eine lange Lücke, okay, jetzt warte auf. Lang, lang, nee, lang, kurz, 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 kurz. Lang, lang, lang. Lang, 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 um. Was? Steht Bum auch in deiner Tabelle. Äh, ich hab gar nicht so viele Dinger. Das fängt mit lang an und dann kommt dreimal kurz und dann kommt... Das komische ist, das macht dreimal Pau... Das macht zweimal eine Pause zwischendrin. Eine von diesen Pausen war super lang. Und die anderen Pausen sind auf jeden Fall länger als normal. Also, keine Ahnung. Ah, okay, also sind das einzelne Wörter. Also, a short flash represents a dot. Ja, klar. A long flash represents a dash. Ja, das ist klar. Das sind einzelne Buchstaben. Und du musst mir sagen, wann du glaubst, dass ein Buchstabe zu ändern ist. Okay, das nächste Mal, wenn du irgendwas überlegen musst, dann schreibe ich das mal nebenan auf meinem Laptop auf. So, also sag mir einfach mal nochmal. Ich kann nichts sagen, ich bin tot. So, shit. Lass mal retry machen hier. Das kann sein, wir kriegen das mit einem anderen Modus öse. Achte. Ah, das ist echt springend. Ich habe ein Button, ein Passwort, ein kompliziertes Kabel und ein Simon Says. Button zuerst. Button. Blau und Abort. Blau und Abort. Ja. Drücken und Farbe sagen. Blau. Vier Sekunden. Ich war gerade verpasst, ey. Ah, nee, warte, ich kann ja loslassen. Ich habe ja mehrere Führen auf dem Ding. Okay. Simon Says, Passwort oder komplizierte Kabel? Simon Says. Simon Says. Okay. Es blinkt blau und meine Seriennummer hat ein Vokal drin. Rot. Rot. Okay, Moment. Blau, blau. Rot, rot. Rot, rot, okay. Blau, blau, blau. Rot, rot, rot. Und ein Scherp, das war easy. Passwort oder komplizierte Kabel? Na, aber halt so. Das ist ja furchtbar, ey. Äh, was war Passwort? Dieses mit diesen Buchstaben, den Wörtern. Wo du die Wörter finden musst, indem ich dir die Buchstaben sage. Okay, Passwort. Ja, Passwort, okay. Bist du weit? Ja. Mama. Also M, G, H. Belangsam. Noch lang. M habe ich nicht. G habe ich auch nicht. H. Habe ich auch nicht. J. Habe ich auch nicht. O. Habe ich, ja. Aber. Warte, es geht auch weiter. Ach, was aber. O. T. H. E. R. Er würde passen. Okay. Pass mal rein. Ja, das würde strike gehen, wenn es falsch ist. Das ist noch nicht fertig. Okay. Oh, war richtig. Gut. So viele Zufälle gibt es nicht bei dem Ding hier. Ja, aber das nächste wäre S gewesen. Ja, und? Geil. Ähm, kompliziert, kompliziert Kabel. Komm, zack, zack. Ähm, ich sag dir jetzt, wie das erste Kabel aussieht und was es so hat, okay? Schau mir, wenn du so öffnest. Komplizierte Kabel. Das, was wir mit diesem komischen Diagramm. Hau rein. Okay, das erste Kabel ist rot-weiß. Ja. Es hat, die Lampe leuchtet und es hat einen Stern. Gut. Ähm. Also es ist das hier. Es hat das hier. Die heißt, die darf ich nicht durchschneiden. Darf man nicht. Okay, das nächste Kabel ist nur weiß, die Lampe leuchtet und es ist kein Stern. Weiß hat keinen Stern. Nein, hat keinen Stern. Die heißt, auch nicht durchschneiden. Weiter. Ja, weiß, Lampe leuchtet nicht, aber es hat einen Stern. Das darf ich durchschneiden. Okay, nichts passiert. Das nächste ist blau, keine Lampe, hat Stern. Blau und Stern. Okay. 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 Lassen wir das einfach. Okay. Und das nächste ist genau dasselbe. Das lassen wir auch und weiter. Ne, das war's. Ja, warte, das heißt ja dann... Okay, ne, durchschneiden war scheinbar falsch. Ja, halt. Das heißt, das nächste, dann haben wir eins von den ersten falsch gemacht. Ich gehe nochmal... Wir haben... Ich mache nur das erste. Rot, Lampe leuchtet, Stern. Rot, Lampe leuchtet und Stern. Heißt, ich darf's nicht durchschneiden. Okay, dann steig ich jetzt weiß durch. Dann war's nicht, dann steig ich jetzt rot durch. Also ich musste jetzt scheinbar durchschneiden. Ich hab jetzt alle unsere Strikes auch gebraucht, hab die Bombe gerade noch entschärft, aber... Ähm, das rote Ding, das erste, hätte man durchschneiden müssen. Okay. Es war... Ah, warte mal, da ist ja noch ein B. Das heißt... Cut the wire of the bomb has two or more batteries. Ja, ich glaube, das hat es auch. Okay, ja. Okay, aber wir haben's in Scherz, das ist egal. Nächst ist das Fair Game. Fünf Minuten, fünf Module, drei Strikes. Ähm... Okay, starte. Ja. Auf jeden Fall ein kompliziertes Kabel. Okay. Kompliziert Kabel, Memory, Normalkabel, Symbol und Morse. Kabel, das Normale. Normalkabel. Fünf Kabel, schwarz, weiß, blau, weiß, schwarz. Ähm, das letzte Kabel ist schwarz, richtig? Schwarz. Die Seriennummer. Ähm... Ähm... Was? Last digit of the serial number is odd. Was? Last digit? Ja. Es ist aber gerade. Also, es ist nicht der Fall. Ähm... Mehr als... Nee, warte. Ein... Hast du ein rotes Kabel? Keins. Keins. Hast du schwarze Kabel? Zwei. Okay. Das erste. Durchschneiden. Okay, passt. Äh... Symbole, Memory... Symbole. Symbole, okay. Ähm... Komische Sechs. Kerzenständer. Hashtag mit einem Strich. Langsam, langsam. Kerzenständer, ja. Also, komische Sechs, Kerzenständer. Äh... Hashtag mit einem Strich. Und das umgedrehte E mit zwei Pünktchen drüber. Gut, erst die Sechs. Ja. Dann das E. Ja. Dann das Hashtag. Okay. Ich hab's schon schärft. Ähm... Morse, komplizierte Kabel oder Memory? Memory. Memory. Zwei. Zweite Position. Okay. Drei. Ähm... Erste Position. Drei. Dritte Position. Dritte Position. Zwei. Erste Position. Das ist easy game hier. Eins. Äh... Selbe Ziffer wie in Stage 1. Okay, entschärft. Kommt die Titelkabel oder Morse? Morse. Morse. Okay. Dann hau mal rein. Hier, jetzt hat's Wort drauf gehört. Kurz, 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 lang. Also das erste Buch... Kurz kurz zwangs ein V. Okay. Warte. Vektor. Das einzige. Also stellst du's auf 3,595. 595. 3,595. Ja. Entschärft. Okay. Ähm... Komplizierte Kabel. Das erste Kabel ist rot und hat weder Lampe noch Stern. Rot. Es heißt... Letzte Ziffer von der Seriennummer muss eben sein. Ist gerade, ja. Dann durchschneiden. Ja. Okay. Zweites Kabel ist weiß, Lampe leuchtet, kein Stern. D heißt nicht durchschneiden. Nicht durchschneiden. Nächstes ist rot, keine Lampe, aber Stern. Das durchschneiden. Okay. Nächstes ist weiß, keine Lampe, aber Stern. Ähm... Nicht durchschneiden. Okay. Und dann kann's auch das letzte sein. Ne. Ich hab das letzte geschnitten. Es war kein Strike, aber es ist noch nicht entschärft. Das heißt, weiß mit Lampe ohne Stern und oder... Ich kann's eigentlich... Okay. Weiß mit Lampe ohne Stern. Schau nochmal. Weiß. Weißes Kabel gibt es hier nicht. Lampe habe ich. Und kein Stern heißt D. Nicht durchschneiden. Dann ist das andere. Korrekt. Das andere war weiß, keine Lampe, Stern. Nur Stern. Nur Stern heißt C. Äh, Entschuldigung. Ich hab... Nicht schlimm. Eis durchschneiden. Ich hab trotzdem keinen Strike, weil das letzte Ding dein Zuflerek schon richtig war. Weiter. Ja, ich bin, ähm... Wir haben die Bombe entschärft, muss ja schon... So. Okay. Ich muss ja stärkisch wieder aufmachen. Pick up the Pace Version 2. Okay. Mh... Mh... 2 Minuten 30. 5 Module. Das geht doch gar nicht. Okay, ich starte. Geil. Hammergeil. Das geht doch hin. 2 Minuten 30. Okay, ich hab auf jeden Fall ein Symbol. Such dir Symbol raus. Ich hab Symbol schon. Äh, Blitz. Ja. Das komische A mit dem Strich oben. Strich oben? Ja, oben. The fuck, was ist... Ach so, das meinst du ja? Ja. Äh, dann hab ich so ein... So ein O mit nem Strich nach unten. Ja. Okay, und dann hab ich so ein T-Dreieck-ending. Das, was wir ganz überfangen haben. Ja, okay. Ja. Also erst das O. Das O, okay. Dann das A. Ja, okay. Der Blitz. Der Blitz ist das Ding. Entschärft, okay. Äh, rote... Roter Button. Ähm... Ja. Mit Press. Und der Button sagt Press. Das ist... Hast du mehr als zwei Batterien? Äh, ja. Und Lit Indicator was Label FRK. F-F-F-R-K... Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Gut, ähm... Gedrückt halten oder Ding? Und ja, gedrückt halten und sagen. Blau. Ähm, vier. Scheiße, ich hab's gerade verpasst. Oh... Okay, überleg schon mal, äh... Sechs Kabel. Was? Sechs Kabel? Sechs Kabel. Ganz normales Kabelmodul. Sechs. Ja, was? Kabelmodul. Sechs Kabel, ja. Rot, schwarz, gelb und drei blaue. Also es gibt ein gelbes Kabel. Ja. Mehr als ein gelbes? Nein. Mehr als ein weißes Kabel? Gar keins. Keine roten Kabel? Doch, eins. Viertes. Okay. Nochmal Symbol. Ja. Wir haben P mit Flagge. P mit... Warte. Ja, warte. Ausgefüllter Stern. Ja. Smiley. Ja. BT. Warte. Ja, okay. Also erst der Smiley. Ja. Dann BT. Ja. Dann Flagge. Dann Stern. Dann Stern. Okay, und jetzt haben wir doch das Labyrinth. Der erste ist in der zweiten Zeile, in der zweiten von rechten Zeile. Der erste ist, äh, warte. Zweiter? In der ersten Zeile? Ja. Der könnte... Also, ich... Ich habe jetzt einfach versucht, irgendwie da noch mit Klicken irgendwas zu machen, aber wir hatten noch fünf Sekunden. Ähm. Ja. Also, auswendig kann ich die Dinger nicht. Naja, also... Das war schon rechteckend. Das Labyrinth habe ich übrigens gefunden. Aber du konntest mir überhaupt nicht übermitteln, was wohin los. Gott schade. Okay, komm, jetzt probier's nochmal und dann... Ähm... Was wollen wir jetzt noch? Äh, Kabelmodul. Überleg's schon mal. Äh, vier Kabel. Ich hab's dir, das ist super scheiße. Ich hab die voll durcheinandergeschmissen eben grad, ne? Dann, dann schadet ihr neu, komm. Ja. Ich hab doch gesagt... Ich hab doch gesagt, wir starten neu. Weißt du? Ja. Und dann hab ich sofort angefangen zu sortieren. Ja, hast du jetzt sortiert. Jetzt. Alter, das... Die hat nämlich voll... Ich hab die Dinger grad nur weggeschmissen. Sprüßt, zack, zack. Kabel. Ist gut. Kabelmodul, du blickst hier gleich. Ja. Sag, wie viele? Ich seh's noch nicht. Sechs. Schwarz. Achso, lese einfach. Du brauchst mir nicht sagen. Ähm, hat es gelbe Kabel. Ja, eins. Äh... Ein Kabel. Und es ist mehr als ein weißes. Null weiße. Ähm... Keine roten Kabel. Doch, zwei. Vierte Stelle. Vierte Stelle. Wenn's jetzt... Wenn's jetzt mehr als... Wenn's jetzt nur ein rotes Kabel hat, ist es auch vierte Stelle, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich schneid's auf doch. Ja, weil haben wir das zweite auch schon gelöst. Okay. Ähm... Symbole. Ja. Ähm... Hashtag. Ja. Das umgedreht die E mit dem Pünktchen. Ja. A, E. Ja. Und ein komisches H mit oben so ein... So ein... Ja. Okay, also F ist E. Ja. Dann der Hashtag. Ja. A, E. Und dann ist H. Entschärft. Äh... Button? Ja. Blau und Press. Nein. Mehr als zwei Batterien? Nein. Äh... Genau zwei Batterien. Der Button ist blau, richtig? Ja. Gut, drücken und Farbe sagen. Weiß. Ähm... Bei eins. Okay, kam ich schon. Ähm... Nächstes ist dieses Wort-Ding wieder. Das Quart-Keypad. Und es steht... Im Display steht Red. R-E-D. Ja. Ähm... Äh... 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 Rechts Mitte. Boah, jetzt ist das Licht ausgegangen. Fuck. Äh... Rechts Mitte steht Wait. Ähm... Hast du... Äh... Äh... Mit drei H. Ja. Drücken. Okay. Nächste Stufe... Ähm... C-E-E. Ähm... Ähm... Rechts ganz unten. What mit Fragezeichen. Ähm... Hast du You? Nee, ich hab nicht... Hold? Hold hab ich, ja. Okay, abgedrückt. Noch zwölf Sekunden. Ähm... Hold on. Hm... Rechts unten. Sure. Ich drück jetzt einfach durch. You are done like you're... So. Da, wo du angefangen hast zu labern, hatte ich noch 0,5. Sekunden, also. Scheiße. Aber wir haben eh viel Zeit gespart, weil ich, ähm... Hier... Inskuid. Oh, ja. Weil ich das zweite Kabelmodul praktisch parallel lösen konnte, weil es auf derselben Seite war. Und zwar hatte ich fast genau gleich, nur der einzig Unterschied war, dass es ein rotes Kabel weniger hatte, aber der ganze Rest, die ganzen Fragen, die mir gestellt hast, genau dieselben, weißt du? Ja, dann ist gut. Okay. Achtung. Kabelmodul, kann ich gleich schon überlegen, sind sechs Kabel. Ach, wieso sagst du nicht, dass du schon besetzt hast? Egal. Scheiße, was hast du? Hab ich gesagt, dann schalte ich neu. Sechs. Ich start neu, ich start neu. Ja, jetzt hab ich's vor mir. Schlicht. Ich hab's nicht gesagt. Also, mach bereit, bitte. Boah, nur die Vorderseite. Zwei Kabelmodul auf jeden Fall. Ähm... Sechs Kabel. Mhm. Ähm... Keine gelben Kabel. Doch, eins. Ähm... Ein gelbes Kabel und mehr als ein weißes Kabel. Nur ein weißes. Ähm... Keine roten Kabel. Doch, ein rotes Kabel. Den vierten. Den vierten. Okay, nächstes Kabelmodul auch sechs. Mhm. Hat zwei gelbe Kabel. Ähm... Keine roten Kabel. Keine roten. Letztes. Durchschneiden. Okay. Äh, Symbole? Ja. Ähm... Umgedrehtes Fragezeichen? Ja. Das P mit Flagge? Äh, ja. Dann dieser, äh... Dieses WM-Spiegelungsmisch-Dang-Ding da? Das... Äh, ja. Ja, und dann dieses T-Dreieck-M-Gemotor. Also das P mit Flagge? P mit Flagge? Äh, dann T-Dreieck-E. Ja. Dann W-M. Ja, und dann Ding. Okay, tja. Ähm... Jetzt das Keypad mit dem Wort wieder. Es steht Hold-On drauf. Ähm, rechts ganz unten. Nothing. Äh... Right. Warte, warte. Hey. Ähm... Warte... Äh... Ist nicht Right, ist drauf. Also nach rechts. Ja, drücken. Drücken, okay. Ähm... No. Rechts unten. Next. Next. Ja. Hast du What-Fragezeichen? Nein. Äh, hö. Nein. Äh, öh. Äh, öh. Juh. Juh, Juh und... Also Y-O-U-R. Ja. Hab ich, okay. Moment. Ähm... LED. Ähm... Links, Mitte. Äh, hö. Äh, hö. Drücken. Okay. Blauer Button. Abort. Fünften Sekunden. Nee, warte, warte. Ich halte ihn gedrückt. Blau. 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 Bei vier. Bei vier. Okay. Okay. Höh. Ach. Mann, wir hatten noch Strikes Übriger. Ich hab einfach gedacht, das kann ich jetzt einfach mit Trial and Error probieren, weißt du. Hey. Entschärft, gell? Ah, hier. Das ist kaum noch möglich, ey. Zum Glück. Äh, das ist erst das Moderate, gell. Ähm. Ich weiß, dass es noch ziemlich viel schwerer wird. Also, dann brauch ich hier eine zweite Person. Ja, ja, das ist auch so, eigentlich sollte es sein. Das gibt beispielsweise Section 3 Moderat, dann kommt Needy, dann kommt Cont, und dann kommt Challenging, und dann kommt nochmal Cont. Ach so, ah, das ist kontinuierlich. Okay. Needy, dann Challenging und dann Extreme. Ja. Also. Wenn es noch viel schneller gehen muss, dann bräuchte ich eine zweite Person, die einen Teil der Dinger lohnt. Weil dann muss ich nämlich ganz einfach die Anleitungen, äh, aufteilen. Okay, ähm, machen wir das nächste Modul. Da, fünf Minuten, fünf Module, aber nur einen einzigen Strike. Ne. Gar kein, also, man darf keinen Fehler machen. Ja, ist nicht schlimm. Kriegen wir einen. Aber wir haben fünf Minuten, fünf Module. Ich starte. Ja. 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 Ich kann nichts sehen. Ah, ein Memory auf jeden Fall. Okay, Memory, zwei Kabel, Symbol und... Kabel zuerst kommt. Okay, sechs. Ähm, kein gelbes. Doch, eins. Ähm, mehr als ein weißes Kabel. Keine. Ähm, keine roten Kabel. Zwei. Viertes durch, nein. Okay, noch ein Kabelmodul, fünf. Ist das letzte schwarz? Ja. Ist deine Seriennummer, äh, am, die letzte Ziffer odd? Nein. Ähm, ein rotes Kabel? Ja. Ähm, mehr als ein gelbes? Ja. Das erste durchschneiden. Okay, Symbole? Ja. Geschwungenes Schreibschrift-H. Okay. Äh, gedrehtes C mit einem Viereck in der Mitte. Ja. Dann das Kreisel-Gemurks. Kreisel-Kringel. Scheiße. Okay, warte mal. Ha, ha. Ja, okay. Und, äh, E mit zwei Punkten. E mit zwei Punkten. C mit Quadrat, Kringel und H. Okay, entschärft. Ähm, Memory oder Keypad mit Wörtern? Memory. Zwei. Zweite Position. Zwei. Selbe Position wie in Stage 1. Also zwei. Mhm. Drei. Ich weiß mir auch. Dritte Position. Drei. Selbe Position wie in Stage 2. Zwei. Äh, selbe Ziffer wie in Zwei. Okay, entschärft. Ähm, ja. Wörter Keypad. Blank steht auf. Blank. Ähm, Rechtsmitte. Your. Also Y-O-U-R. Y-O-U-R habe ich. Okay, klick. Ähm, Lead. L-E-A-D. Rechts, ganz unten. Wait. Äh, no. Warte, mit drei H. Warte, ich muss ein Ding rausschalten. Ja, hast du gesagt. Ja. Okay. Das, was ich sage, immer. Ja, ja. Lead. L-E-E-D. Zwei E. Ähm, links unten. You. Sure. Nein. U-A. You-A. Ja. Okay, was gibt denn noch? You-A. Ja, das kann man. Das klappt. Easy Game. Wir haben zwei Minuten Zeit. Ja. Prima. Aber das sind ja auch die Module, die wir voll gut können. Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten Glück. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Ich meine, die Kette sind schon so abgeklabelt. Einen Ding machen wir noch. Beziehungsweise, mal gucken. Einen Ding, dann ist, ja, das ist das Kapitel vorbei. Eight Minutes. Acht Minuten, acht Module, drei Strikes. Okay. Eight Modules, eight Minutes. Take your time, relax. Note, never relax when defusing a bomb. Bist du weit? Ja. Okay. Scheiße, die Sortierung ist im Arsch. Egal. Achtung. Achtung. Okay. Ähm. Kabelmodul mit fünf. Ja, ähm. Letztes Kabel schwarz. Nein. Ähm. Ein rotes Kabel. Keine schwarzen Kabel. Zwei. Das Letzte. Äh, nee, stopp. Das Erste. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, äh, Button. Äh, ja. Weiß und Press. Ähm. Lid Indicator with the Label FRK. Mehr als zwei Batterien. Was? Mehr als zwei Batterien, ja. Und, äh. FRK. FRK, nein. Gut drücken und. Rot. Was? Rot. 2, 1. Das ist ein bisschen früher gekommen. Entschuldigung. So. Ähm. Sivone. Ja. Komische 6. Ja. Umgegriertes E mit Pünktchen. Ja. Omega. Ja. AE. Ja. 6, E, AE, Omega. Entschärft. Okay, Simon Says. Grün blinkt. Ähm, erstmal Seriennummer. Hat kein Pokal. Grün blinkt. Grün blinkt. Grün drücken. Grün drücken ja noch. Okay. Falsch. Hat keinen. Oh doch, hat einen. Scheiße. Mein Fehler. Ich hab ein Strike, dann Blau. Dann Blau. Ein. Blau. Hä? Das ist doch gesagt, grün blinkt. Wir haben... Zwei Strikes. Zwei Strikes. Gelb. Es tut mir leid. Das war's mir am Anfang. Ja, ist egal. Ich hab ja nicht Nein gesagt, als du fragt, das ist eins correct. Okay, bist du weit? Nein. Damit bin ich so weit. Ich bin schon hier. Ich muss sie, ich muss den Stapel immer sortieren. Weil ich mittlerweile ungefähr weiß, in welcher Reihenfolge was kommt. Man sollte das so, keine Ahnung, 20 mal ausdrücken und dann einfach für jedes Modul ein Blattstapel machen oder so. Und du musst einfach nur... Ich sag einfach irgendein Modul, aber du musst schon die Stapel nehmen. Die meisten Module haben nur ein Blatt. Hä? Achso. Die meisten Module haben nur ein Blatt. Es gibt nur ganz wenig, die haben zwei. Okay, also. Hau rein. Retry. Okay, ähm. Symbol. Ja. Umgedrehtes Fragezeichen. Ja. E mit Pünktchen. Nein. The fuck. Was? Egal, umgedrehtes Fragezeichen und... E mit Pünktchen, ja. Ich hab's. E mit Pünktchen. Stern leer. Ja. Und C mit Vierheck nach links. Also gedrehtes... Also erstes E, dann das C, dann der Stern, dann das... Oh, das entschärft, ja. Okay. Ähm, Kabel Vier. Ähm, mehr als ein rotes Kabel. Ja. Letzte Nummer der Serien... Jetzt die Ziffer der Seriennummer ist Odd. Nein. Ähm, letztes Kabel ist Gelb. Nein. Ähm, ein blaues Kabel. Ja. Erstes Durchschneiden. Okay. Simon Says. Ja, was sagt's wem? Einfach nur... Was soll ich das? Warte, warte, das Lichtausgang. Rot. Und ich kann meine Seriennummer nicht sehen. Ah doch. Ähm... Ja, hat ein Vokal. Rot und ein Vokal. Blau. Blau? Okay. Blau? Moment. Rot, grün? Ähm, blau, gelb. Blau, gelb. Okay, Moment. Rot, grün, gelb. Blau, gelb, grün. Ja. Rot, grün, gelb, blau. Rot, grün, gelb, blau. Okay. Blau, gelb, grün, rot. Ja. Ja. Ah, schon schärft, okay. Ähm... Äh, äh, ähm... Button. Button. Ja. Weiß und hold. Er hat, ähm... Steht irgendwo C, A, R. Moment, lass mich schauen. Nein. Mehr als zwei Batterien. Und FRK... Ja. Ja, mehr als zwei Batterien. Und FRK, ja. Ähm, drücken und loslassen. Entschärft, okay. Ähm, Memory. Ja. Dritte Position. Eins. Nummer vier drücken. Vier. Button Nummer vier drücken. Button Nummer vier drücken. Ja. Bäm. Falsch. Von vorne. Was? Das war falsch. Das war Stage 3? Warte. Okay. Button in der vierten Position drücken. Nummer zwei. Zwei. Selbe Position wie in Stage 1? Eins. Selbe Ziffer wie in Stage 2? Zwei. Erste Position. Zwei. Selbe Ziffer wie in Stage 2. Entschärft. Ähm, complicated cable hier. Komplizierte Kabel. Das erste ist weiß und kein Licht, kein Stern. Kein Licht, kein Stern. Hä? Äh, also es ist weiß. Äh, also es ist weiß. Weiß. Weiß, kein Licht, kein Höhen. Kein Licht, kein Stern. Ich hab keine Ahnung. Oder ach doch, C. Ähm, durchschneiden. Ja. Okay. Äh, nächstes ist weiß. Licht und Stern hat's beides. Licht und Stern. Also das hier und... ... ... ... ... ... ... ... oder P. Weiß, Licht und Stern. Weiß oder mehr Batterien? Äh, warte. Eins, ja. Dann durchschneiden. Okay. Rot und Licht, aber kein Stern. Rot und Licht. Ähm, B, B, D und S. B. B. D. Gott, ey. Mit einem anderen... Scheiße, mit einem anderen Kabel. Okay, dann nächstes nächste Kabel. Weiß, oh... Ah, selbe wie das erste. Schneide ich durch. Ähm, blau mit Licht und mit Stern. Blau, Licht und Stern. Blau, Licht und Stern. Okay. Paralleler Port. Ach, Parallelport. Ähm, nein, hab ich nicht. Ähm. Dann lassen. Ähm. So, warte, warte. Zwei oder mehr Batterien hast du, ne? Ja. Dann durchschneiden. Falsch. Egal, jetzt haben wir es schon zweig zu zweigst. Ähm, Rot, mit Licht, mit Stern? Rot. Mit Licht und Stern. Rot. Licht. Und Stern. Durchschneiden. Das wäre dann möglich, ja. Durchschneiden. Okay, dann das, was freigüblich... Ah, die anderen komplizierten Karten. Schwarz von 1 zu A. Ähm, okay. Schwarz. Ja, durchschneiden. Schwarz von 3 zu C. Äh, von 3 zu A. Schwarz von 3 zu A. Ist das zweite, richtig? Das dritte. Das dritte. Dritte. Von bis nach A. Ja. Nicht durchschneiden. Okay, weiter geht's. Nein, ich habe mal. Es ist ein schwarzes Kabel an der dritten Stelle und es geht nicht zu A. Doch, es geht zu A. Äh, es geht zu A. Nicht durchschneiden, steht hier. Also, ich bin tot. Ich hatte aus dem 30 Sekunden. Also, du sagst es mir. Es ist ein schwarzes Kabel, es steht an der dritten Position. Und ging zu A. Tja, und hier steht, ich darf es nur durchschneiden, wenn es zu A geht. Okay, warte. Äh, zu B geht. So. H. Ja, C. Es ging zu A, nicht zu B. Egal. Mach dich bereit. Mach einen Eifersuch. Oh Gott. Fert. Hau rein. Retry. Kabelmodus kannst du gleich schon mal bereit machen. Ähm. Ja. Sechs. Keine gelben Kabel? Nein. Ähm. Letzte Ziffer ist ungerade. Äh, warte. Odd heißt es? Ist ungerade, ist ungerade, ja. Drittes durchschneiden. Drittes durchschneiden. Okay. Äh, Symbole. Kringel. Was bitte ist jetzt die Kringel? Kringel, dieses C-O. Ja. Ähm. Dann umgedrehtes C mit Viereck? Ja. Umgedrehtes Fragezeichen? Ja. Und Stern ohne ausfüllen? Ja. Also erst das C, dann der Kringel, dann der Stern, dann das Fragezeichen. Okay, ist entschärft. Lass mich jetzt schauen. Äh, Button? Weiß und Press? Ähm. Es steht irgendwo C, A, R? Nein. Zwei oder mehr Batterien? Ja. FRK? Nein. Drücken und Farbe sagen. Blau. Vier. Vier. Okay. Geist Timing. Okay. Äh, Simon Says? Ja. Äh, Grün und, ähm, Ja-Umlaut. Äh, der Ja-Pokal. Gelb. Okay. Grün, Rot. Ähm, Gelb-Blau. Gelb-Blau. Grün, Rot-Gelb. Gelb-Blau-Grün. Und entschärft. Okay. Äh, Memory? Eins. Zweite Position. Zweiter Position. Zwei. Selbe Position wie in Stage 1. Eins. Selbe Ziffer wie in Zwei. Oh. Ah, scheiße, er hat mich verklickt. Fuck. Okay, äh, wir müssen von vorne. Äh, Eins und ich hab einen Strike, wenn's einen Unterschied macht. Nein. Zweite Position. Fehler gemacht. Vier. Selbe Position wie in Stage 1. Drei. Dritte Position. Eins. Selbe Position wie in Stage 1. Scheiße, weiß ich nicht. Vier. Weiß nicht, was die Nummer das war. Äh, wie in Stage 3 dieselbe Ziffer. Ziffer. Entschärft Morse. Ja. Moment, ich sag dir, wenn der erste Buchstabe kommt. Scheiße, ich glaub, ich hab grad verpasst. Nee. Achtung. Kurz, kurz, kurz. Dann lang. Dann lang. Kurz, kurz. Kurz. Dann kurz, kurz, kurz. Nein, das ist zu lang, du sagst mir grad das Ganze. Also Punkt, 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 Punkt. Was ist Punkt, Punkt, Punkt? Punkt, Punkt, Punkt. Einfach nur Punkt, Punkt, Punkt oder? Ja, einfach nur Punkt, Punkt, drei Punkte. Ist ein S. S. Zwei. Zur Auswahl. Was ist hier? Okay, das nennt sich einfach nur ein Strich. Einfach nur ein Strich. Das ist ein T, das passt. S, T. Dann Strich, drei Punkte. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du musst jetzt warten, bis es sich versättet. Ein Strich und drei Punkte, das wäre ein B. Warte, bitte mal, warte mal, bitte. Das ist viel leichter gesagt, als getan, hier auf dieses Scheißsignal zu warten. Achtung. Kurz, kurz, kurz. Dann lang. Scheiße, das habe ich schon wieder verpasst. Oh Mann! Also entweder ist es einmal kurz oder ist es zweimal kurz. Was anderes ist nicht möglich. Beim dritten? Ja. Das ist das andere, aber es ist zweimal lang. Nee, warte, was hast du beim dritten gesagt? Das dritte ist entweder zweimal kurz oder einmal kurz. Was für Wörter gibt es denn? Steak oder Sting, also ein E oder ein I. Einmal kurz oder zweimal kurz. Beim dritten, aber dritte fängt ja mit lang an. Nein. Doch, das dritte hat mit lang angefangen. Aber das ist nicht möglich, dann sind die anderen Buchstaben, die du mir gegeben hast, falsch. Dann habe ich keine Ahnung. Gib mir irgendwas mit S. Es sind nur zwei Wörter. Gib mir irgendein Wort mit S. Mach einfach. Ja, entweder Steak oder Sting. Ja, du musst mir die Zahl sagen. 3582. Falsch. Anderes Wort? 92. Also 3582. Also das war nichts mit S. Bin tot. Das war nichts mit S. Ja. Es hat mit drei Punkten angefangen, das Ding. Auf jeden Fall. Weil das war die längste Pause. Genau, drei Punkte ist ein S. Egal. Also dann kommt entweder nach den drei Punkten nochmal lang oder sonst irgendwas, weil es gibt hier ja Kombinationen, die gehen ewig. Okay. Okay.